Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den EMG Markets Morning Call für Montag, den 30. Dezember. Gut, beginnen wir zunächst einmal wieder mit dem Tageschart für den heutigen Montag. Wir sind zunächst im Short Modus, weiterhin im Short Modus. Wir sind ja am Freitag von blau auf rot in unserem Trendindikator gedreht, also in den Short Modus gedreht. Ich hatte das dann im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video mitgeteilt. Wir sind letztendlich mit einem Aufschlag von 0,27% bei 13.337 Punkten aus dem Handel gegangen und haben praktisch schon am Freitag hier eine bärische Tageskerze gebildet mit einem langoberen und unteren Schatten. Und diese bärische Tageskerze deutet nun darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik hier langsam abnimmt. Wir hatten im Tageshoch am Freitag den Bereich um 13.380 Punkte erreicht, also hier genau im Bereich der roten Markierungslinie gelegen und haben nun die Tageskerze mit einem sehr kleinen Kerzenkörper und dem langen oberen und unteren Schatten. Und möglicherweise drehen wir hier in diesem Bereich wieder nach unten ab. Wir sind nachbürstlich unter die Marke von 13.300 Punkten gefallen. Ich bin gespannt, wie das dann im regulären bürstlichen Handel dann weitergehen wird, ob wir die Marke von 13.300 Punkten dann wieder verteidigen können oder ob wir letztendlich weiter unter 13.300 Punkte fallen werden und dann Kurs nehmen auf den Bereich von 13.213.240 Punkte. Machen wir dann weiter mit dem Wochenchart. Im Wochenchart müssen wir nun in der aktuellen Woche unter die Marke von 13.250 Punkte fallen, unter die hellgrüne Markierungslinie, damit sich dann neue Abwärtsdynamik entwickeln kann. Die nächste Anlaufmarke dann wäre unter 13.250 Punkten. Der Bereich hier um 13.000 Punkte. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Unter 13.000 Punkte würde dann der DAX höchstwahrscheinlich Kurs nehmen auf den Bereich von 12.800 Punkte. Solange wir uns über 13.250 Punkten halten können, ist mit einem weiteren Hochlauf dann zu rechnen zur roten gestrichelten Markierungslinie im Wochenchart bei 13.600 Punkten. Im großen Bild bleibt dann im Monatschart weiterhin der Bereich, um das obere Bollinger Band hier und um den oberen Fibonacci-Faker von Bedeutung. In diesem Bereich könnten wir also nach unten abdrehen im großen Bild und dann Kurs nehmen auf den unteren Fibonacci-Faker bei aktuell 11.500 Punkte hier in diesem Bereich. Sollte sich also die Abwärtsdynamik weiter verstärken. Wir sind ja aktuell bereits im Short-Modus, im Trendindikator. Sollten wir also unter die Marke von 13.250 Punkte fallen, dann dürften wir möglicherweise vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen und dann im großen Bild in den kommenden Monaten dann Kurs nehmen, hier auf diesen unteren Fibonacci-Faker im Bereich von 11.500 Punkten. Gut, werfen wir dann noch einen Blick auf den Fear & Greed Index auf der Seite von 10inmoney.com. Dieser Indikator zeigt die aktuelle Überkauftheit oder über Verkauftheit an. Aktuell befinden wir uns bei 91 Punkten im Bereich Extreme Greed und damit im deutlich überkauften Bereich. Dieser Indikator dürfte also in den kommenden Wochen wieder nach unten abdrehen und dann Kurs nehmen auf die Bereiche Greed, 4 und Extreme 4. Machen wir dann weiter mit dem Euro-Dollar-Chart. Ich werde den Euro-Dollar-Chart dann noch im ING Markets Chartflash am Nachmittag ausführlicher besprechen. Aber aktuell der Hinweis, wir sind hier über die 200er Tageslinie nach oben ausgebrochen in den Vortagen und damit dürfte sich die langfristige Lage für das Währungspaar deutlich aufhellen und wir möglicherweise vor weiteren steigenden Kursen stehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der DAX weiter unter Druck geraten dürfte. Solange der Euro-Dollar steigt, ist im DAX mit wieder fallenden Kursen zu rechnen. Der Euro wird dann teurer gegenüber dem Dollar und damit dürften sich dann auch die Exporte verteuern und das würde sich langfristig dann auf die Gewinne der DAX-Unternehmen auswirken. Also ein steigender Euro deutet in der Regel auf wieder fallende DAX-Notierungen hin. Werfen wir dann noch zum Ende des Videos einen Blick auf die Seite von wellenreiter-invest.de. Dort werden immer regelmäßig die jüngsten COT-Daten veröffentlicht und nun für den 17.12. geht daraus hervor, dass die Profi-Anleger in den USA, also die Commercials, im S&P 500 deutlich short gegangen sind. Die haben ihre Short-Positionen unterm Strich deutlich erhöht und die Kleinanleger haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben ihre Long-Positionen deutlich erhöht, sind also unter dem Strich nun deutlich long aufgestellt und das deutet darauf hin, dass der S&P 500 dann eher wieder abgeben dürfte, weil die Commercials, also die Profi-Anleger in der Regel langfristig richtig liegen und die Kleinanleger in der Regel falsch liegen. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg im Handel am heutigen Montag, einen schönen Start in die neue Handelswoche. Wir sind aktuell im Short-Modus im DAX, insofern ist eher von weiterfallenden Notierungen auszugehen. Wichtig wäre dann, dass der DAX unter die Marke von 13.250 Punkten fällt, damit sich dann neue Abwärtsdynamik entwickeln kann. Ich melde mich später dann wieder mit dem IMG Markets Chartflash, möglicherweise mit Kommentaren unter dem Video bei YouTube, je nach Verlauf. Und dann wünsche ich Ihnen zunächst einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und wir hören uns dann wieder am 2. Januar, am Donnerstag, mit dem IMG Markets Morning Call. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.